ein herzerlebnis meintiges hallo an die leute die gerade zuschauen und wir wollen ja ein bisschen modus spielen und ja überhaupt bin ich nicht alleine da ist auch der bad boy LP ja hallo zusammen und da sehe ich auch der bledick hi hallo ja und meiner Meinung ist darum und wir wünschen euch viel spaß in den nächsten x minuten mal schauen was da so passiert ja in der modus eroberung leute die das spiel kennen die wissen ja ungefähr was der modus ist so gibt die leute die es nicht kennen erklären können wir es auch nicht wirklich also schwer zu erkennen sagt es ja schon allein schon eigentlich aus oder modus oder erotik gesagt ja ich habe erotik gesagt ja kann man sich schon fast denken bei dem wort eroberung dass man da irgendwas erobern muss dann sehen wir mal die stiefel immer die stiefel diesen ganz ganz wichtig immer so finde ich da kann ich gar nicht auf 100 die wir komplett kannst du nicht kaufen nie und warte ich ja nee ich würde die kaufen zur zweiten ebene kannst du die immer kaufen zur zweiten stufe das leuchtet ja immer grün das was du kaufen kannst na ja genau da sind das zwei stufen immer weiße die du kauf ganz am anfang ich kann nicht in die mitte gehen mit zeus ich könnte schon zeus sagen ich habe ich habe sich in der mitte zu ich habe flechten schaden also von daher sollte ich nicht alleine die mitte bedienen ich habe single target aber ich bin nahkampf eigentlich kannst du mit dem sogar in die mitte gehen also aber das spiel noch so gut kennst es mit mittels schwierig kann man sagen also da ist aber bei loll oder bei just was war er genau so mein tor ist viel schöner als dein heftige große waffe da hast du mein hammer ist so hart und so schwer mein dreistag hat gleich drei bedienen bedenkt sich nur was reden die dennoch finde ich schwachsinn was der der ist tot jetzt den kriegen wir nein 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 bäche mich warum hab doch nichts gezahlt andersgeschwindigkeit hört sich auch nicht schlecht an was machen die da links da sind die ganzen dschungel da oben da wochen ja welcome to the jungle naja so ungefähr du bist jetzt tot ja 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 es ist auch überbewertet das mit den lebenspunkten ja ja jeder hat ich habe dich gerächt ja ich soll geh weg geh weg also wie die poseidon läuft das er wird mich so ein bisschen an silver surfer leitet ja ja silver surfer also ja da macht er mit so riesengroßen hammer so wenig schaden man hört es ja hat er pass auf der ton greift dich an du bist gleich tot auch b w w w w w w w w w Ich kriege es Nein, ich kriege es noch Nein, Mist, ich habe die falsche Knopke bekommen So So Yeah, yeah Jump, jump Ja Ja Wer ist eigentlich für euch? Ah Mist, hat er nämlich gefallen Wenn ihr ein Marvel-Held seid, gönntet, welcher werdet ihr? Iron Man Ganz klar Der ist immer voll krass, der Typ Ich kriege es schon wieder Du blattig? Ich kann ihn nicht machen Ich kann ihn nicht sagen Oha Oha Keine Ahnung Oha 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 Ja, ok, das ist das Wahn. Boah, wie ich direkt auf die Fresse hier krieg. Musst du sagen, schlagen ist nicht erlaubt, das ist uncool und so. A push in a day keeps the minions away. Der eine will wohl die Mitte übernehmen. Ja, der Turm ist fast down rechts. Das Problem ist, als Nahkämpfer kann man da so schnell nicht so dran. Ich sehe nichts, oh, das war aber knapp. Den krieg ich noch. Irgendwie krieg ich den noch. Nein, das gibt es doch nicht. Das war echt total dinglich, was ich gerade gemacht habe. Achter, pass auf. Geh weg da. Ja, ich auch. Ich hab noch 8 Lebenspunkte gehabt, passt schon. Ja, ich hab noch nicht. So, was haben wir denn? Ja, raus, die, raus, die, raus, die, raus, die. Und welchen Marvel-Helden könnte ich gar nicht leiden? Oder allgemein, äh, Superhelden allgemein. Das muss man ja nicht unbedingt machen. Marvel-Spiele. Gar nicht leiden. Ja. Ähm, die 4. Die fantastischen 4? Nein, 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 nein. Ich musste die 4 gerade drücken. Ach, Mist, da hab ich ja noch verfehlt. Ja. Jetzt muss ich zurück. Ciao, ciao. Und wir mit. Also, ich mach Batman nicht. Batman ist nicht Marvel. Ja, aber allgemein Superhelden. Ich hab mich ja verbessert. Also, Batman ist einer der coolsten. Kann aber auch daran liegen, dass ich mit dem aufgewachsen bin. Ja, ich bin auch nicht aufgewachsen. Aber, ähm, ich finde ihn nicht so stark. Das ist so wie bei, vielen, die, äh, eigentlich immer so sehr auf ihre, ihr Equipment angewiesen sind. Aber nicht auf das Talent. Oder das könnte man ja haben. Das macht ihn ja gerade so besonders. Mein Arschmach. Man hat den man gar nicht leiden kann. Hm. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Ja, wenn ich auch gar nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag Iron. Dann wahrscheinlich nicht. Oder, ähm, auch Captain America. Ganz schlimm. Also, ich finde dich immer sehr nervig. Green Lantern finde ich zum Beispiel cool. Ja, der ist auch, der Film ist ganz lustig eigentlich auch an sich. Welcher? Green Lantern. Ja, der richtige Film ist ein bisschen misslungen, aber... Ach, ich wollte auch kaufen. Ja, aber das ist bei vielen. Also, ich finde die ganzen Verfilmungen, die sie jetzt rausgemacht haben, finde ich nicht so berauschen. Ich habe jetzt letztens Ant-Man gemacht. War cool. Oh. Oh. Bananas! Ja. 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 Ich kann sie nicht leiden. Ist auch falsch. Ich finde sie nicht gut. Also, auch von X-Men. Also, ich finde die Verfilmung auch nicht so berauschend. Das ist einfach zu viel. Ja, der Comic fand X-Men ist deutlich besser. Aber das ist bei jedem Comic so. Kann ich mich mehr mit reinversetzen in die Geschichte und in die Charaktere als in den Film? Wahrscheinlich auch die Vulve in der Reihe der Verfilmung auch nicht so berauschend. Ich weiß nicht. Das ist wie so nicht meine Welt. Mist. So, empfohlen. Kann man das aufwerten? Das war's schon. Links der Tower ist weg. Okay, der erste. Achso, ich habe einen gegnerischen mittleren Turm zerstört. Gut zu wissen, dass ich das gemacht habe. Was? Also, mit dem Charakter komm ich auch nicht? Also, mit dem... Mit dem... Du heißt im Englischen auch ihr. In Mehrzahl. Oh, ich hab's auf Deutsch. Ich hab's auf Deutsch. Ihr seid jetzt beide tot. Achso. Achja. Na, wo ist die denn? Ach Mist, das war ein Fail. Ich hab's auf Deutsch. Ich hab was Neues drauf. Oh, wär's auf Deutsch. Oh, wär's auf Deutsch. Wir hatten so wenig Schlägen, beide noch, ne? Wann das? da war 1900 exibu geht ganz schön ab glaube ich das wird eine knappe geschichte nach ist schon wieder ich drücke immer wieder einen falschen knopf auch das ist nicht der ernst ich habe das ach man sage ich alte vier was war das denn jetzt da habe ich noch keine andere wall außer mich zurück sparen weil ich kaum leben noch habe rostab 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 ja aber wenn der top uns angreift das ist ein bisschen blöd ja der macht verdammt die schaden der phoenix vor allem ganz besonders das ist ja mal gut nein das wollte ich gar nicht das wollte ich gar nicht das wollte ich gar nicht ach Mist oh bledick die war zurück aber läuft nö ich habe tränke nö ich kaufe nur fünf dränke von beiden bledick 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 was ist los mit dir ich habe sechs kills bis jetzt ja ich renne mehr durch die gegend als war es immun die ganze zeit ist das ein glückspc war es immun die ganze zeit ist das ein glückspc war es immun die ganze zeit ist das ein glückspc ks lol ok ja ich bei ihm soll er rumholen ja ne pass auf atter ruf ruf das war eigentlich mein kill der hat mir den einfach geklaut ja das ist ks killsteal scheißegal hauptsache ist doch raus hauja halt hauptsache dass das gewinnt oder nicht im prinzip ja aber viele geilen sich daran auf dass sie die meisten die besten und so weiter und was auch immer ok ich werde jetzt wahrscheinlich sterben oh ich habe überlebt was ist los für zwölf oder was war das gerade kann ich doch selber zurückziehen wie sagt er zu mir dass ich zurückziehen soll äh atter weg da ich weiß noch mal in gar zu viele aber ja ich wieder stabil was ist es jetzt kommt das gleich noch mal im ks weil der gerade war stimmt aus seiner sicht seiner sehr schön hatte hast genau im richtigen augenblick gespielt wir müssen nur aufpassen wegen den ganzen anderen gegnern da das war ein bisschen ouch ja da sind ein paar viele ja komm weg hier ganz schnell weg hier es dauert bei mir nur bis ich wieder da bin 15 klatsch hin ja komm ja du 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 punk 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 haaa da hab ich den auch gekommen äh so fresh ist er ziemlich anders geliebt so alle tränke wieder gekauft so das sein war das ok ich hätte das eine erst mal auf 3-maligen sonderbekommen ich glaube bis wir da sind ist sowieso vorbei oder auch nicht der eine ist einfach zu killgeil wahrscheinlich aber auch nicht oder auch nicht weil ich nicht so aber das ist ja wir wir das ist die so es geht Nein! 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 es läuft sechs kills gemacht aber ist nicht so mein ja das war es wohl mit der folge auch wenn wir sehen wollen wie die anderen gespielt haben könnte einfach meine beschreibung reinschauen dort werdet ihr dann die ganzen links natürlich sehen von bad boy und von bledick ja ansonsten wenn es euch gefallen lassen paar daumen da auch bei den beiden natürlich auch die kommentare unterschreiben und wenn er uns nicht abonniert hat würden wir uns auch über ein abo freuen man verpasst ihr keine folgen mehr dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und ja das wort haben die anderen zum abschluss